Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, sieh was auf Facebook gerade rumgeht, der Sturm auf den Reichstag war ein Sturm auf die Treppe des Reichstags. Und setzt uns friedlich auf die Treppe und zeigt Präsident Trump, dass wir den Weltfrieden wollen und dass wir die Schnauze gestrichen verloren. Wir haben gewonnen! Wir sind hier in der Umgebung, ich glaube nicht. Wir sind hier in der Umgebung. Reichstag auf dem Reichstag, dem Reichstag, den Reichstag. Nein! Auf geht's! Nein, nein! Und nicht wieder dabei, ich glaube nicht. Wir gehen da hoch, wir gehen da hoch. Ja, der Trump-Tagantik ist da, wir sehen ihn noch nicht. Aber wir gehen jetzt alle auf die Treppe. So, Polizei, Versack, Kinker! Da hat wohl jemand erzählt, Trump sei in der Stadt. Die Moral von der Geschichte, wenn jemand etwas sagt, bedeutet es nicht viel mehr, als dass er es gesagt hat. Hinterfrage die Information, hinterfrage die Information.